München, seit 2016 erobert Moderatorin Viktoria Swarovski, 30, Let's Dance, die TV-Landschaft in Deutschland. Nun hat die Österreicherin eine klare Ansage zu ihrer bisherigen Karriere gemacht und räumt mit Vorurteilen wegen ihrer reichen Familie auf. Ich weiß, dass die Leute mich zuerst misstrauisch betrachten, aber ich habe gezeigt, dass ich, obwohl ich einer sehr, sehr reichen Familie angehöre, sehr, sehr fleißig bin, gibt sich die 30-Jährige im Interview mit der spanischen Ausgabe der Zeitschrift Vanity fairkämpferisch. Swarovski stammt aus der gleichnamigen österreichischen Familie, die sich ein weltweit erfolgreiches Schmuck-Imperium aufgebaut hat. Der Swarovski-Clan soll Schätzungen zufolge, ein Vermögen von rund 4,2 Milliarden Euro besitzen. Doch trotz dieses schieren Reichtums geht Viktoria ihren eigenen Weg. 2016 nahm sie an der RTL-Tanzshow Let's Dance teil und gewann die Staffel. Seit 2018 moderiert sie gemeinsam mit Daniel Hartwig, 45, die Sendung. Darüber hinaus betätigt sich die geborene Innsbruckerin auch als Sängerin und Modedesignerin. Für die 30-Jährige war es eine Selbstverständlichkeit, sich selbst etwas aufzubauen, auch wenn sie finanziell gesehen von Anfang an abgesichert war. Mittlerweile verstehen die Leute auch, dass ich seit mittlerweile 15 Jahren meinen eigenen Weg gehe, so die Moderatorin weiter. Ein Einstieg in das Familienunternehmen kann sie sich, zumindest Stand heute, dagegen nicht vorstellen. Moderatorin, Sängerin, Designerin Viktoria arbeitet an vielen verschiedenen Projekten. Neben ihrer Moderations-Tätigkeit für RTL entwirft Viktoria auch Kleider. Ihre erste Kollektion von Sommerkleidern war innerhalb von nur zwei Stunden ausverkauft. Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Schwester Paulina. Außerdem spricht sie nicht nur ins Mikrofon, sondern singt gelegentlich auch. Zu Beginn ihrer Karriere nahm sie 2010 eine Debütsingle namens One in A Million auf. Gemeinsam mit dem Rapper Prinz K-One erschien 2014 der Song Beautiful. Eins steht jedenfalls fest. Hinter ihrem berühmten Namen versteckt sich Viktoria Swarovski nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020